Hey, was ist denn das? Das ist ja ein Karton. Auf den haben wir ja schon lange gewartet. Hey, noch mal. Zum Glück ist der gekommen. Warte, was hast du da drin? Schau mal her. Plus. Plus. Endlich sind sie da. Die neuen Plus-Katalöde. Schau mal das an. Schau mal, das sind lauter Plus-Katalöde. Siehst du? Super, oder? Schau mal, was die alles feines drin haben. Die haben hier so Kisten, die wir selber machen, wo man große Oliven rein tun kann. Dann hat es hier die Bänke, um drauf zu sitzen. Dann hat es so Pavillon. Siehst du das? Pavillon hat es. Ganze Gartenmöbel, die kannst du draussen lassen im Regen und nicht immer zusammenräumen. Dann siehst du hier noch mehr. Dann hat es so Einsätze. Komm mal da her. Komm, 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 komm. Siehst du jetzt so Einsätze mit Wasserstanzanzeiger? Dann musst du nicht gießen und dann kannst du auch Brätchen drauf machen. Und das alles jetzt im Vivero Pflanzenparadies.